Hallo, 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 ich bin ein Liebenspreis. Wer hätte doch einfach deine Ansage nehmen können, wäre okay gewesen, aber gut. Ja, ist okay, ist okay. Ja, hi. Willkommen hier zurück bei Super Mario 3D World. Genau wie das heißt das. Ich habe ihn beobachtet, wie er aufs Chaos sehen muss, denn das war wundervoll. Wenn es jetzt ein Felschen gegeben hätte, hätte man gesehen, wie er so Super Mario 3D... Ja, gehen wir ins nächste Level. Wir wissen ja noch gar nicht, was es überhaupt ist. Bin gespannt. Das sieht doch toll aus, ganz einfach. Ja, es ist bestimmt auch nur Hektik im Hinterhof. Ich mag keine Hektik. Dann müssen wir doch bestimmt nur mal eben da den grünen Stern holen. Wir müssen 100 Sekunden rennen. Wir brauchen hier... Ach so. Okay. Zwei. Ja, ich habe vier. Ähm. Ciao, Luigi. Ciao. Hier brauchen wir drei. Komm her. Hallo. Herr auf mich zu ignorieren. Komm her. Da kann nur Toad drauf. Wir haben keinen Toad. Versuch nicht zu sterben mit allen. Versuch mit allen. Okay. Was tust du da? Okay. Lass nochmal zurück. Ich würde zu dem Vierer gehen. Geht nicht. Warum? Das Ding fährt da nicht zurück. Doch. Echt? Ich glaube. Nein. Äh. Sollen wir einfach das Level beenden? Ja. Warte. Vielleicht kommen wir hier hoch. Komm mal her. Vielleicht kommen wir hier hoch. Wenn ich dich hochschleudere. Komm her. Das klappt. Warte. Oder ich. Von mir aus. Ist mir egal wer. Mein Gott. Klappt nicht. Doch. Das klappt. Wir haben nur noch 15 Sekunden. Komm her. Aber. Aber ich wollte den Stern haben. Du bist fies. Da hörst du jetzt. Ich wollte aber den Stern haben. Stern. Möchtest du es nochmal machen? Nein. Er ist ein schlechter Verlierer. Ich bin kein. Ich hab doch gewonnen. Ich hab wieder mehr Punkte. Ich bin der durchgängige Gewinner dieses Projektes. Ist im letzten Part Game Over gegangen. Okay. Uh. Auf zum Tothaus. Nein. Okay. Doch. Zum Tothaus. Gibt es da Tod oder? Tod. Ja. Das meinte ich eigentlich. Ja. Das meinte ich ja. Okay. Ich bin gespannt. Große Box. Kleine Box. Große Box. Kleine. Ich sag ja große Box. Ähm. Nimmst du auch was? Ich möchte die Katze haben und den Tanuki nehmen wir mit. Ach das kann man ja auch mitnehmen. Okay. Danke. Nein. Ich bedanke mich nicht bei Toad. Ich hasse ihn. Ich habe ja gesagt die große Box. Ich hatte mal wieder recht. Wie immer. So. Welches Level machen wir jetzt? Es gibt nur eins. Warum ist die Burg da vorne eigentlich pink? Weil da wahrscheinlich, äh weiß ich nicht, ein Mädchen drin ist. Oh shit. Wendy ist es wahrscheinlich. Die mit den Ringen. Die Football Chucks schlagen zurück. Ich habe Angst. Ich habe sie schon immer gehasst. Ich will mein hart verdientes Item nicht verlieren. Stimmt. Du meinst das hart verdiente Item, was ich dir geholt habe? Ja. Was ich dir hart verdient habe? Nicht du dir? Ja. Ah, okay. Ich finde Pizzi in diesem Hammerbruder Outfit sowas von scheiße aus. Da ist eine Fliege auf deinem Mikrofon. Wo? Ja. Ich sehe sie nicht. Wo? Auf diesem, vom Pop-Schutz das Ding. Ach so. Hallo, Fliege. Die möchte halt auch für ihn sein. Wenn du aber was sagen musst, dann musst du ins Mikro sprechen. Dann hört man es auch. Geh weg. Ja. Mach weiter. Okay, jetzt haben wir zwei kürze Level. Kommt jetzt wieder ein normales oder nicht? Das sieht doch normal aus. Es gibt auf jeden Fall eine Katzenglocke. Das kann ich dir schon mal sagen. Und was sind eigentlich diese Krabben überall? Grandiose Grasstreppe. Sind eigentlich alle Level hier Alliterationen? Das ist mir noch nicht aufgefallen. Vielleicht gibt es auch jetzt einen Raketenanzug. Dort! Geht was? Den Raketenanzug. Welchen Raketenanzug? Den gibt es doch jetzt auch. Hä? Was? Du verworst mich. Welcher Raketenanzug? Er versteht es nicht. Ähm, korrekt. Der Raketenanzug. Grandiose Gras. Nein, ich verstehe es nicht. Ich wette, ich bin jetzt total dumm. Das ist sowas, was eigentlich jeder kennt, aber ich kenne es nicht. Nein, im Prinzip habe ich mir nicht mehr da ausgedacht. So, wir müssen wieder runter. Ja, ich weiß. Die Wäsche ist fertig. Das heißt aber... Alter! Ja, wir müssen noch weiter runter. Ich kann jetzt den Timer nicht ausmachen. Sehr gut. Das kann ich den Timer ausmachen. Äh, Ruhe! Ruhe! Mein Gott! Wie weit muss ich denn die Scheiße bewegen so? Ähm, was ist passiert? Okay, egal. Ich habe mich so lange um unsere Bombe gekümmert. Äh, sehr gut. Okay. Ah Gott! Warum dreht sich das denn? Was ist hier drin? Bestimmt irgendwas Tolles. Mönchen! Ich bin... Ich bin ein Block geworden. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Ja, warte. Mit dem, was auch immer du geraten tust. Ich habe Spaß. Spaß mit... Ey, ihr wolltet auch mehr Spaß haben. Alter! Da hast du deinen Spaß. Ja! Äh, wie lange kann ich damit eigentlich Münzen sammeln? Für im... Da ist ein grüner Stern. Sterbt Hasen! Böf! 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 Das war meiner. Den habe definitiv ich getroffen. Nein, den hab ich getroffen. Nein. Das war der Erfolg der Katze. Was haben wir hier schon vor? Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Egal. Aber was ist, wenn wir einen Stern übersehen? Nee, machen wir keinen 100%. Das ist ja egal. Dankeschön. Dank dir hab ich mein Item verloren. Vielen Dank. Das hast du toll gemacht. Ich weiß, ich bin super toll. Eigentlich könnte ich auch drücken, ne? Und mich nicht beschweren, dass es du nicht kannst. Und ich könnte es auch einfach selbst machen. Hier wieder Katzen. Siehst du, da ist ein Stern. Du darfst ihn einsammeln. Sonst versaube ich es nur wieder. Nein. Obwohl der Letzte... Oh Gott. Oh Gott. Los, sammle die letzte Mense ein! Bitte! Ich bin tot. Warum? Weil mich die Dürfen wegen Ameisen getroffen hat. Ja, du musst springen! Hab ich ja, aber ich bin zu früh gesprungen und bin an dem sie reingesprungen. Dann hättest du später springen müssen. Meine Tipps sind nicht sehr hilfreich, oder? Okay. Gut. Wir dürfen nochmal den Hasen jagen. Man muss nur wie ein Hase denken. Dann fängt man den auch ganz einfach. I see. Krieg dich! Moment! Fahin! Hase! Irgendwie klappt das nicht. Ich renne. Ah ja, nice. Den hab ich diesmal gefangen. Nein, das war ich. Da war meine Zahl, äh, meine Farbe bei der Zahl. Ich hab den Hasen gefangen. Du hast nur den Stern gekriegt. Nein, ich hab auch den Hasen gefangen. Dafür geh ich mich jetzt umbringen. YOLO! Ihr könnt Spammen! Sehr gut. Das war sehr, ähm, effektiv. Wehe, du drehst. Okay, dieses Mal machen wir das alles besser. Hab's geschafft. Du bist schon wieder gestorben. Aha! Level? Oh Gott. Alter, dieses Spiel macht mich fertig. Oh Gott. So schlimm ist das doch gar nicht. Verstehst du dich eigentlich so? Ja, aber irgendwie bin ich immer total in Panik. Das ist das Problem. Warum schreibt da jemand Rayman? Falsches Spiel, Dodo. Gleich meint er ja auch den Musiker. Schau mal, ich war begnadet gut. Es gibt einen Musiker, der Rayman heißt? Ja, ich darf schon. Okay. Hat er nicht Supergirl gesungen? Dann schieß es Supergirl. Ähm, ich kann das nicht. Ich weiß aber, welches Lied du meinst, glaube ich. Ja. Wir können noch eben diese Maschine machen. Und dann ist die Folge schon wieder rum. Okay, dann machen wir doch schnell diese Jukebox hier. Ähm, den einarmigen Banditen meine ich natürlich. Zweiarmig. Wir könnten das jetzt langsam machen und koordiniert. Oder nicht. Aber hey, da oben ist irgendwas. Da ist was Helles. Ach mein, Entschuldigung. Ich wollte da oben gehen. Das war bestimmt ein versteckter grüner Stern. Ja. In nem Jukebox-Level. Da hinten ist ne Münze. Da hinten ist ne Münze. Da hinten ist ne Münze. Da vorne ist ne Münze. Da. Weiter vor. Da. Da unten links. Okay. Wolltest du diese Folge nun beenden? Ja, oder du kannst sie beenden. Du hast auch die Ansage, die seltsame Ansage gemacht. Ja, ich hoffe, euch hat diese wunderschöne Folge von Super Mario 3D World gefallen. Ich habe diesmal halt nicht aufs Cover gucken müssen. Na gut, eigentlich habe ich das doch machen müssen. Ich hüpfe. Er spricht weiter auf mir rum. Wir sehen uns aber nächstes Mal, wenn wir uns, ähm, Bomb-Oms im Keller und Hüpf-Parcours durchs Schlemmerland anschauen. Ich hüpfe. Es sind übrigens nicht alles Alliterationen. Das ist keine und das andere ist auch kein. Ja. Ich hüpfe. Ja gut. Tschüss. Tschüss. Ich hüpfe immer noch.